44. zwischen 9. und 10. Ist schön, dass Sie nicht am Handy hängen. Sie leben hier, oder? Raten Sie das einfach blind drauf los? Sie sind ganz selbstverständlich eingestiegen, haben eine Kreuzung angegeben. Sie achten nicht auf das Taxameter, weil Sie wissen, dass JFK eine Pauschale ist. Beeindruckend. Oh, das sieht nicht gut aus. Da vorne ist wohl ein kleiner Unfall passiert. Tut mir leid, Süße. Naja, ich hab ja eine Pauschale. Haben Sie einen Freund oder eine Freundin oder so? Will ich eigentlich nicht sagen. Hm, versteh schon. Was verstehen Sie? Klare Sache, er ist verheiratet. Soll das ein Witz sein? Ich fasle manchmal dummes Zeug, das ist mein Problem. Ich provoziehe einfach verdammt gern. Wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Sie hat mir ins Taxi gegotzt. Stilvoll? Ja. Sie war wie ein Sommertag, wissen Sie? Fehlt sie Ihnen? Menschen sind Menschen. Und Menschen werden einsam. Warum ist egal. Menschen brauchen einfach irgendwen, an den sie sich anlehnen können. Was noch? Was haben Sie mir noch nicht erzählt? Ich bin ein Inhalterίας. Sie sind lange nicht mehr. Ja. Ja. Ich bin ein Inhalter Markt